Nein, mit dir. Mit dir? Mit dir? Das ist okay. Oh. Was soll das bringen? Beschäftigung für die Kinder. Schleier aber mal Lomas, weißt du? Wo bist du denn rübergefahren? Ich muss nichts lenken. Also, wenn das hier mitlenkt, dann weiß ich auch nicht. Oh Gott. Lach nicht, sonst fährst du dann mit. Hm? Lach nicht, sonst fährst du dann mit. Nö, nö nicht. Ja. Stell dir aus. Lach nicht. So war ne Schi-Shin. Lach nicht. Lach nicht. Lach nicht. Lach nicht. Lach nicht. Die Schi-Shin. Das ist cool. Ja. Ich bin mit dir.